Ich tue, was ich tue. Was machst du denn jetzt? Ich habe nicht... Du weggeschubst. Gut, wir. Ui. Da ist der Esria jetzt hin. Ein Bespürer hat das Spiel verlassen. Wir hat alle verlassen. Achja, das womit wir alle gerechnet haben. Na! Holy Shit! Oh, knapp! So, so knapp, alle! Ja, retten! Oh nein! Mach mich nicht tot! Hau ab, Digger! Ne, nicht abhauen! Hallo! Hallo, du hast! Das knappe Geld! Ja, das habe ich jetzt auch abgezählt, weil ich konnte eh nicht mehr entkommen. Oh, die bin ich jetzt gerade tot. Was, was gammelt der mit Level 6 rum, Alder? Wer drinnen da mehr? Ja! Das ist eben der Superplayer. Prost! Ok! Ich tue, was ich tue, ich muss. Ich tue, was ich tue, ich muss. Ich tue, was ich tue, ich tue, ich tue. Ich tue, was ich tue, ich tue. Du hast es ernsthaft geschrieben mit dem, was ein Support er ist, fällt mir doch mal auf. Hm? Was ist Pre-Made eigentlich? Wir sind Pre-Made. Ultiiiil! Alter! Da, sag mal, es ist es, Alter! Hm? Doppeltötung! Ich! Nein! Die Top-Lane! Come on and sing it! Lalalalalala! Hä? Wir haben keine Gegner, ich bin so auf der Schreckige. Meine Bestimmung ist klar. Euer Team hat einen Turm zerstört. Nein! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Boah! Er hat mich niemal in Angriff machen lassen. Oh, der Kumbo. Schande! Was soll denn bei Trindam mehr killen? 花isch? Oh mein Gott, der Wain ist gut, Mann. Ja, er ist wieder down, Wain. Luchz, da bist du locker killen können. Oh, sorry. Ich lauf hier hinterher. Nein! Ich hab noch Ulti. Was ist der? Oh, fuck. Gott, der Wain ist am sterben. Und weg ist die. Der Gegner hat einen Turm zerstört. 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 Und wir den wieder aufbauen. Okay, jetzt werde ich gleich wieder getötet. Meine Arbeit ist nicht erledigt. Halt, ein, weg mich. Oh, verdammt. Nein. Los, stirb, stirb. Kriegen wir sie noch? Ja. Den Tarek kriegen wir noch. Verdammt schon wieder. Den Tarek kriegen wir noch. Kass auf! Oh mein Gott, lauf! Rechner, lauf! Quader, okay. Warum können Rechner laufen? Verdammt! Good job! Oh mein Gott, ich bin der letzte in meinem Leben. Das war jetzt lief. Aber wir haben Tarek gekillt. Ohne Fettelsticks. Aber die oben wurden einfach zu viel gefeedet vom Trindermeer. Ja, nicht vom Varus. Nur das Trindermeer ist schuld. Darius ist ja Level 11. Der Trindermeer ist Level 9. So hoch wie der Tarek. Mein Gott. Pass auf, pass auf, der kommt. Achtung, noch mehr kommt. Wer kommt? Oh jetzt geht er allein gegen Fiddlesticks, wird er es schaffen. Wie geht es denn nix? Oh, allein gegen Tarek. Er schafft es wahrscheinlich nicht. Der schafft es nicht alle, Tarek ist zu strong. Aber Tarek mit seiner Kuh sich auch. Nur was ich in der Stelle mal anmerken wollte. YOLO am Arsch. Holy crap. Recall? LUL. LUL. Ein Gegner wurde getötet. Geh mir mal ein Schild. LUL. Ein Gegner wurde getötet. Davokil. Oh fuck. LUL. Ja, der. Stark, Stark ist der. Und alle fliehen zu hoch und fliegen. Und entkommen! Yeah, man! Alter. Mit 70 Leben entkommen. Alter, ich hab 13 FPS, man. Ich hab 29. 22. 22. Auf Zwischendurch hab ich aber auch mal einen. Alter, Vater. Ich hab 22 auf niedrigster Grafik. Bei mir schwankt das immer zwischen 30 und 1. Ich hatte mal durchgehend einen FPS. ein Ping, der so hoch war, dass er nicht mehr angezeigt wurde. Okay, da hab ich nebenbei auch hochgeladen. Oh ja. Nicht die beste Idee gewesen, geh nicht zu. Und das war auch nicht nur ein Video, das ich hochgeladen habe. Neul! Mach den kaputt! Alter, da war eine Ulti drin. Ein Gegner wurde getötet. Der haut die Ulti rein. Weißt doch, man kann ja nicht töten, wenn er seine Ulti hat. Ja. Ach, er wird uns gar blöd lange sagen. Ja, du hattest ihn ja nicht mal auf seine Ulti hin. Weiß ich nicht. Der... Alter, Basic Attack. Was, der der von noch einen ganzer Zeitdruck war, oder? Ich hab bestimmt auch mal irgendwann seine Ulti benutzt. Komm weg. Leute, ist der Trinder eine Scheiße. Trinder Eifgeld gegen den Supporter abgelost, wie peinlich. Achtung, Trinder mehr. Meine Bestimmung ist klar. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich kann fight. Ich bin nur zu mir und tötet mich alleine. Noooool! Alter, ich hatte Gott. Der Black ist Klauselig. Ach, wo ist? Ich denke, ich sollte lieber mal wieder Joe Ruff nehmen, oder sowas. Kein Satz. Alter, jetzt hätte ich sie festhalten können. Alter, 14 FPS. Kannst du da nicht nebenbei Minecraft zocken? Du musst auch mal deine Craft die Grunde verschrauben. Ich hab dir einen Turm zerstört. Wer kriegt denn einen Turm zerstört? Ja, hat er schon wieder verloren. Da waren es jetzt 3. Ist der Scheiße. Yes. macht alles auf so grooo ja die sind eben alle hochgefiedelt alles nur wegen dem Tüter alter dieser scheiß mit seiner vier hätte ich ihn festgehalten können oder und die ich hab den typ mittlerweile eingeholt mit meinem selbst und orgeiliger zwei kills komm ich kann sie taue da aber die hat noch ihre kuh ja vor allem ist sie er ist vor der wir sie nicht mehr und vor allem herr können ja das war wahrscheinlich eh nicht, weil der komische PTT äh T Y Z wahrscheinlich sagt nein, wir geben nicht auf verdammt der Boss ich hab einen Ulti verhauen